Hallo meine Lieben, ich weiß, es gab sehr, sehr lange kein Video mehr von mir auf diesem Kanal. Das hatte einige Gründe, ein paar positive, ein paar negative Dinge sind in meinem Leben passiert und ich hatte unglaublich viel um die Ohren. Deswegen hatte ich nicht mehr wirklich Zeit, mich um Videodrehs zu kümmern, was ich aber auch irgendwie ziemlich schade finde, denn ich mache das eigentlich sehr gerne und ich hoffe, dass ich das jetzt auch wieder regelmäßig umsetzen kann. Ich wollte mich auf jeden Fall mit diesem Video schon mal bei euch zurückmelden und ankündigen, dass ich auf jeden Fall ein paar Ideen umsetzen möchte, die dann in Zukunft auf diesem Kanal gepostet werden. Ich werde den Kanal auch nochmal genau durchschauen und gucken, ja, was sind denn eigentlich noch Videos, die zu mir passen oder welche werde ich lieber auf Privat stellen, weil ich da irgendwie nicht mehr so wirklich hinterstehe oder mich dafür begeistern kann. Ich kann auch noch nicht so wirklich sagen, welche Inhalte es jetzt genau auf diesem Kanal geben wird. Ich denke, ich werde alles irgendwie besprechen, was in meinem Leben relevant ist, wofür ich mich begeistern kann, wofür ich mich interessiere oder auch, was mich gerade persönlich bewegt und werde dann entsprechend dazu Videos drehen. Deswegen ist dieses Video auch jetzt gerade so ein bisschen, ja, One-Take ohne Script, wo ich einfach in die Kamera labere, auch ohne das Intro, weil ich schauen muss, ob das Intro jetzt auch noch zu mir passt oder ob ich es ändern werde und dann in Zukunft ein anderes präsentieren werde. Das wollte ich euch auf jeden Fall jetzt erstmal mitteilen und ja, ich hoffe, ihr freut euch dann auf die kommenden Videos mit mir. Tschüss!